Ja, alles gut. Letzter technischer Test fehlt jetzt noch, aber da wird schon nichts passieren. Wie immer ist mit der Bande ein bisschen problematisch, aber ich glaube, wir haben uns diesmal mit der Bande richtig viel Mühe gegeben und ich denke, es sieht auch besser aus als in den letzten zwei Jahren. Wir haben die Bahn ein klein bisschen weiter von der Treppe weggezogen, so dass man, wenn man abgeflogen ist, ein bisschen besser rumgehen kann und ich glaube, dass das das Rennen auch ein bisschen entspannter macht. Der Boxenbereich ist jetzt in einem anderen Raum und auch mit voller Informationen für die Fahrer, für die Teams, weil dort auch im Wimar steht, wo das Ergebnis an die Wand projiziert wird.